Wir haben uns 13.04 Uhr im Solberg-Tonstudio. Jetzt erst mal gefrühstückt. Ich werde gemobbt. Ja, wir nehmen heute noch ein paar Songs für die EP auf. Und da fehlen jetzt noch ein paar Spuren. Wenn das Fernweh in mir schreit. Ich werde weiter von dir schreiben. Auch wenn du meinen Namen nicht mehr weißt. Gibt's die EP auf der Akustik-Tour. Musik 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 Musik